Musik Das Haus ist Harcourt, das ist so verpackt jetzt. Das Haus ist Neumann, aber das sieht aus, als ob Schnee draufliegt. Das ist eine Weste? Wie? Vor dem Haus gefunden. Boah, guck mal wie ich hier durchlaufen kann. Was ist das hier? Wir latschen noch, glaub keiner rum. Oder du läufst rum. Ja, ich bin im Haus rum. Oben so ein bisschen Helm. Wieso ist das das? Dann. Krass. Kommt man ja gar nicht hoch hier, oder wie? Haben sie echt nicht gesehen. Ja, richtig. Nee, nee, dass hier alles so kaputt ist. Ich glaub schon, wir haben alles gelootet hier. Hm. Bist du hier oben? Mit nem blauen Helm, ja. Denk ich mal. Und oben warst du schon. Aber dann geh halt. War clear. Wir haben noch so ne Schnorrhamschen. Super. Komm mal gucken in die Lagerhalle. Wow, es sieht das duft aus jetzt. Und die Tür hier. Ja, das haben sie ja geil gemacht. Warst du schon hier? Max? Ja. Und hier noch eins. Was soll das? In der Lagerhalle ist noch eins. Hier, ja genau. Guckst du hier auf dem Fenster? Hm. Tja, echt buggy. Wir können ja mit dem Wachs hier so ne Fühlung machen. Na ja, gut, egal. Komm, wir laufen da hoch. Meinst du, dort ist was? Ja. Engst du hier auf dem Fenster? ... Ja, gut.